2000 Tonnen feinster Sand für Paris. Hier an der Seine tost normalerweise der Verkehr. Jetzt wird aus dem Ufer für vier Wochen ein Strand, mitten in der französischen Hauptstadt. Vor allem für die Daheimgebliebenen ist das in der Ferienzeit eine willkommene Abwechslung. Paris-Plage steht für einen Augenblick, in dem man die Stadt vergisst. Eine kleine Flucht aus der Stadt für ein, zwei, drei Stunden oder einen Tag ohne Eintritt. Mit Kindern, alleine oder mit der Freundin, egal. Sie können hier einen Tag in Ruhe verbringen, vor allem wenn sie in Paris sind und arbeiten müssen. Mit großem technischen Gerät und viel Aufwand wird der Sand auf der Uferstraße aufgeschüttet. Normalerweise wird dieser Sand zur Herstellung von Beton zum Häuserbau verwendet. Es ist ein feiner Sand mit einem Grunddurchmesser von 0,1 mm. Er fühlt sich angenehm an. Die Besucher können ihr Handtuch ausbreiten und sich wohlfühlen. Erstmal herrscht aber noch viel Krach. Wir müssen den Strand so weit wie möglich ausbringen. Dann haben wir weniger Arbeit, einen ordentlichen Strand zu schaffen. Geplant sind unter anderem auch Sportangebote und klassische Konzerte. Das Angebot für den Kurzurlaub in Paris kommt gut an. Paris-Plage geht bereits ins achte Jahr. Sommer in der Stadt hat eben seinen ganz eigenen Reiz. Die Stadt und qui die Stadt besuchen was, erst gab es einen Jobbote an. Tigers-Plage geht weiter bis zum Kur bis zum Kur、 wasrowięcerin befindet. Nie ein Gerät wird bei Alright-G Express. Unsere Gabby bouken! Geplant & Green